Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke. Hallo? Mama, du bist krank? Etwas ganz Schlimmes, sagst du? Guten Tag, die Damen. Oh, hallo. Mama, was ist? Eigentlich ist alles in Ordnung, nur mein Blutdruck ist etwas niedrig. Ich habe kein eigenes Leben mehr. Du bist mein Hauptproblem und das nervt Mama. Ciao, ciao, ciao. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Das ist wie ein alter Motor, der jahrelang nicht in Gebrauch war und verrostet ist. Der braucht seine Zeit, bis er wieder fit ist und so richtig anspringt. Schluss mit den Erinnerungen, Schluss mit der Vergangenheit. Ich habe mich jahrelang gefragt, warum habe ich Valeria nicht geheiratet? Du bist halt ein Idiot. Micky. Ja? Micky. Was ist? Mein Bein. Also dann auf Wiedersehen und danke. Mama, was willst du um diese Uhrzeit? 37.2 ist doch kein Fieber. Da, ja, 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 ja.